Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, ähm, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Also, los geht's! Oh, ho, 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 das ist einmalig. Diesen Test hab ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Oh, ja, gut gemacht. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Schnell, hier lang. Überraschung! Wir machen's sofort. Ich kann dir ne Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind, sind aber sehr beeindruckend. Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich hab zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Hallo! In diesem Teil bringe ich dich um! Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden bevor sie dich zerquetschen. Nein, 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 nein. Mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an, Maschine an, Maschine an. Wo steckst du? Komm zurück! Ernsthaft? Komm zurück, bitte. Komm zurück! Na schön, ich hab beschlossen, dich nicht umzubringen. Ja? Wenn du zurückkommst. Oh, verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die Klingenwand. Wo steckst du? Komm zurück! Ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kommst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Na, Todesfalle! Hallöchen, wieder zum Rallo-Ränder. Bringen sie dich um. Sie bringen dich um, oder nicht? Ich bin schon wieder. Komm schon. Was? Du lebst doch? Du machst Witze. Du willst mich auf den Arm nehmen? Ich hab immer noch die Kontrolle. Und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll. Warnung, kritischer Reaktor-Karte. Du musstest ja unbedingt Katze und Maus spielen, der alle anderen sich abgerattert haben. Und jetzt müssen wir alle den Preis dafür zahlen. Denn wir werden alle sang- und klanglos untergehen. Oh nein, 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 nein! Fass mich, fass mich, fass mich, fass mich, fass mich! Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage sofort evakuieren. Wir probieren uns nicht. Wir probieren uns. Wir probieren uns Chirin bitte. Und wir tun jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich würde sagen, es tut mir leid. Auch richtig leid. Ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Ende. Ende. Ende.